Dennoch, wenn du das Leben meiner Tochter garantieren kannst, kehre ich zu Ash zurück und verwerfe mich seinem Urteil. Sie runzelt die Stirn, auch wenn es hart ausfallen wird. Aber bleibt immer noch die Frage des Edikts bestehen. Was können wir schon gegen das Edikt der Stürme tun? Das Blut der Regenten fließt durch die Ader meiner Tochter. Danke für deine Linie ab. Als Regentin Mutter hast du die nötige Autorität und musst lediglich die Worte aussprechen. Vielleicht gibt es einen Weg, höheres Gesetz zu umgehen. Ich muss Nachforschungen anstellen. Vielleicht bist du da etwas auf der Spur. Es gibt eine lange Tradition, wie man solche Formalitäten vermeiden kann, vor allem in Kriegszeiten. Die einzigen zuverlässigen Fällen, die ich empfehlen würde, sind die brennenden Bibliothek und tun ans Gericht. Sollten wir dich Kyros Gesetz durchsetzen, anstatt es zum Gehen? Dimitris runzelt die Stirn. Ich bin immer noch Kyros Gesetz, vergiss das nicht. Eigentlich ist es Thunon, aber als Schicksalsbinder bin ich es indirekt. Mit dem auch sei, ich bleibe mit meinen Männern hier, bis du mit einer Entscheidung wiederkehrst. Ich rate dir, mit General Ash über die Angelegenheit zu sprechen. Danke, dass du der Sache nachgehst. Ich bin sicher, dass einem Schicksalsbinder von Thunon keine Antwort lange verbrauchen bleibt. Ich bleibe mit meiner Tochter hier. Wohin sollten wir auch sonst gehen? Okay, wir kommen nicht an die Krippe ran und auch nicht an die Schatulle. Diese Krippe wurde sorgfältig gereinigt. Obwohl die anderen Gegenstände dieser Halle Spuren von Staub und Metallspänen zeigen, findest du hier nichts davon auf ihr. Amelias Tochter ist die letzte überlebende Regentin oder Schlüssel für das laufende Edikt. Töte den Säugling und erfinde einen Weg, die Stürme zu beenden. Die führenden Schicksalsbinder könnten mehr über die Feinheiten der ungebrochenen Blutlinie wissen. Gravenash könnte Einsichten bieten, besonders angesichts der Tatsache, dass sich die Angelegenheit um seine Tochter dreht. Wenn nicht, dann haben wir keine andere Wahl als zum Ort meines ersten großen Ja, bei der ersten großen Tat würde ich fast schon sagen, zu gehen. Aber ernsthaft, dass die Tooltips jetzt nicht funktionieren, ist blöd. Vielleicht jetzt nach dem Laden. Ja, hier draußen topft wieder das Edikt. Und wir haben es wieder am Hals. Letzter Widerstand, eine Verhandlung. Gravenash Tochter steckte mit dem Regenten der Ungebrochenen unter einer Decke und gebar ein Kind aus dieser Beziehung. Tja, euch hätte ich da dringend gebrauchen können. So, das heißt, vom Wachplatz geht es jetzt erst einmal zurück zur ehrenden Esse. Ash Bescheid geben und wieder mal Zeug verkaufen. Oh ja, ich will mir mal kurz den Schild angucken. Fährt der nicht unter? Achso, der fährt unter Waffen. Treues Versprechen. Dieser Schild würde über drei Generationen. Genau. 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 Parieren, Ausweichen, Ausdauer, aber halt weniger Erholung. Nicht ganz. Eher was für dich, Beric. Eher was für dich. Minus eins ausweichen, aber dafür... Andere gute Sachen. Landry hat immer noch seine Feder, die wir mal verbessern sollten. Hier haben wir auch alles abgeklappert. Ja, die Trapperkreuzung fehlt uns halt noch. Da sind die letzten ungebrochen. Und ein ganzer Haufen Schadachrote. Haben wir die Quest eigentlich nicht noch? Die Gelegenheit, diese Aufgabe abzuschießen, ist verstrichen. Oh. Mist. Dann reisen wir halt mal kurz dahin und gucken wenigstens mal, ob wir was plündern können. Oder ob... Äh... Jetzt alles voll mit Chor ist. Die werden sich wohl dem Chor jetzt angestoßen haben, mittlerweile. Ja, sie sind weg. Können wir wenigstens gucken, was sie uns übrig gelassen haben. Ja, da sind sie durchgebrochen. Tja, der Chor hat hier entweder alle abgemurkst oder sie sind zum Chor übergelaufen. Obwohl es ziemlich unbequem aussieht, kann diese notdötige und von Ostbedenken selbst zweifellos dem schlimmsten Wetter der Stufen standhalten. Ja. Rastvorräte habe ich Maximum. Was haben wir hier? Genau, Lyra, entschärf ruhig fallen. Irentis Notizen. Diese Notizen sind hastig lieber geschrieben worden und zeugt von einer wackeligen Verhältnis zur Kunst des Schreibens. Sie schreiben die gnadenlosen Rekrutierungsbewegungen eine Bandesschale Hohenkurs, während sie die Grundgebrochenen durch das Klingengrab verfolgte. Die Notizen enthalten viele Hinweise auf ein Schwert namens die Beherzte, ein Relikt der Ungebrochenen, und auf viele Fehlgeschlange versuche die Klinge zu finden. Es gibt einige einfache Zeichnungen, die wohl auch eine Karte des Klingengrabs darstellen. Auf dem östlichen Teil der Altmahn ist ein Schwert eingezeichnet. Was soll ich, der Altmahn ist jetzt auf der Weltkarte freigeschalten? Ah, okay. Chor, übermittle Verleihungssch... Oder hier unten? Nö. Letzter Widerstand? Nee. Wo habe ich hier jetzt eine neue Mission, die ich nicht sehe? Ist schon hier oben. Ja, brechendes Feind, es ist gescheitert. Ja, da am Führer ist der Ungebrochen. Und da ist ein Dolch, ein Lila, ne? Eisendorch, der ist halt nur exquisit, aber auch ansonsten nichts, der bringt wahrscheinlich einen guten Preis ein. Hier ist etwas Mehl und etwas anderes. Ah, ist bei Lyra jetzt gelandet. Ja, ich sehe das. Ah, der Speer ist jetzt schon wieder bei Lyra gelandet. Leichte Lederhandschuhe. Hm. Besser als die... Plüderer Lederhandschuhe. Ups, jetzt habe ich leid wie die Landschuhe weggenommen. Ne, ist so eine Rüstung. Hier ist in manchen Sachen besser als bei der Schicksalsbinderrüstung, aber in anderen wiederum nicht. Genauso wie die Bronze-Rüstung. Hat sogar bessere Erholung, aber weniger Abwehr. Was macht Abwehr nochmal? Das ist echt doof, wenn Tooltips nicht funktionieren. Ja, Vorräte, die nicht vom Chor stammen. Okay. Rüstung und Vorreiter hergelt durch den Besitz der Ungebrochenen sind hier verstreut. Das ist schwer zu erkennen. Ob das Rot darauf verbucht stammt oder vor den Kriegsbewahnungen des Chors. Oh, da ist es noch ein Schleifstein. Und das war's dann wohl. Damit sind wir hier fertig. Ja, da oben die Rastvorräte, aber die können wir nicht mitnehmen. Tja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder zu gehen. Hm. Gut, das heißt jetzt Zerjahrenden esse. Gut, das heißt jetzt Zerjahrenden. Tja, das war dann wohl definitiv Pech mit der Trapperkreuzung. Wobei ich es jetzt auch nicht gerade gut finde, dass ich jetzt gleich Ash noch einen Teuch ins Herz habe. Aber erst mal gehe ich schnell Schrott verkaufen. Nicht bei ihr, sondern bei ihm. Zeig mir deine Waren. So, dann machen wir hier mal auf. Erst mal habe ich hier natürlich. Diese stinkende Lein ist ein Rotmus-Wickel. Ein transzulierter Kräuter aus dem grünen Lammöhrink gegen Rauchvergiftung und stinkende Luft. Leider ist der Winkel zerrissen und kann nicht mehr verwendet werden. Du kannst diesen Gegenstand als Ersatzmittel an einen Händler verkaufen. Okay, dann weg damit. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020